Bei den sogenannten Amarna-Briefen handelt es sich um einen umfangreichen Fund an Tontafeln in arkadischer Keilschrift des Palastarchivs des Pharao Echnaton aus seiner Residenz Achetaton, dem heutigen Tel El Amarna in Ägypten, Fundumstände. Die Amarna-Briefe sind nach ihrem Fundort El Amarna benannt, nachdem sie üblicherweise mit ihr abgekürzt werden. Über die genauen Fundumstände gibt es unterschiedliche Berichte. Wahrscheinlich fanden im Jahr 1887 Verlatschen die Tontafeln mit Keilschrift, als sie nach Altertümern suchten, nach Mergel zur Düngung ihrer Äckergruben oder von den Ruinenziegel zur Wiederverwendung abtrugen. Die ersten Funde dürften weitere Schatzsucher angezogen haben. Dabei wurden einige Stücke willentlich oder unwillentlich zerbrochen und zerstört, oder sie waren bereits seit antiker Zeit in diesem Zustand. Etwas mehr als 300 der Tafeln gelangten auf unterschiedlichen Kanälen in den Antiquitätenhandel von Kairo und von dort in zahlreiche europäische Museen und das Ägyptische Museum in Kairo. Von November 1891 bis März 1892 führte W. M. Flinders Petri auf dem Trümmerfeld von Amarna systematische Ausgrabungen durch und legte dabei viele Gebäude der Stadt frei. In einem Gebäude, das östlich vom Königspalast, südlich vom großen und nahe der nördlichen Ecke des kleinen Tempels lag, fand er weitere Keilschrifttafeln und einen kleinen Tonzylinder mit Keilschrift. Er identifizierte das Gebäude als königliches Archiv, denn gestempelte Ziegel trugen die Aufschrift. Mit ziemlicher Sicherheit wurden in einem südöstlichen Zimmer dieses Hauses auch die anderen Amarna-Briefe gefunden. Petris Funde konzentrierten sich hauptsächlich auf zwei Müllgruben in der Nähe dieses Zimmers. Da die Gruben teilweise unter den Wänden des südöstlichen Zimmers lagen, wurden die Briefe hier vermutlich schon vor dem Bau des Gebäudes entsorgt. Von den 22 Tontafelfragmenten der Petri-Grabung enthielten nur sieben brieflich relevanten Inhalt. Von 1907 bis 1979 kamen noch weitere 24 Tafeln zum Vorschein. Von den heute 382 bekannten Tafeln sind nur 32 keine Briefe oder dazugehörige Inventerlisten. Darunter befinden sich Mythen und Epen aus der mesopotamischen Schriftkultur, Silbentabellen, lexikalische Texte, eine Geschichte heretischen Ursprungs und eine Liste von ägyptischen Wörtern in silbischer Keilschrift und den Entsprechungen im Babylonischen. Jürgen A. Knudson teilte die Amarna-Briefe in zwei Teile. Zuerst die internationale Korrespondenz, danach die Korrespondenz mit den ägyptischen Vasallen. Jene der internationalen Korrespondenz teilte er gegen den Uhrzeigersinn den jeweiligen Reichen zu. Babylonien, Assyrien, Mittani, Azava, Al-Asia und Hethiter Reich. Die zweite und weitaus größere Gruppe der Briefe teilte Knudson von Norden nach Süden den Vasallen zu. Innerhalb der zugeordneten Gebiete sind sie chronologisch nach paleografischen Kriterien und innerer Logik geordnet. Sprache Die Briefe sind in Keilschrift und mit wenigen Ausnahme im altbabylonischen, einem Dialekt der arkadischen Sprache, geschrieben. Lassen aber auch kanaanäischen Einfluss erkennen, die Übersetzung der Briefe bereitete außerordentliche Schwierigkeiten. Die Sprache ist das Produkt einer langen Entwicklung in der Diplomatie, von der vor der Amarna-Zeit fast nichts bekannt ist. So finden sich in den Amarna-Briefen Logogramme, die in den babylonischen Schreibschulen längst durch neue ersetzt wurden und es wurden alte Orthographien beibehalten. Manchmal mit modernen vermischt. Damit dürften bereits im Altertum nur wenige Schreiber diese Lingua-Franca der Diplomaten beherrscht haben und umso mehr bereitet sie heute Übersetzungsschwierigkeiten. Richtungsweisend sind die Übersetzungen des norwegischen Linguisten für semitische Sprachen Jürgen Alexander Knudson von 1915 und von William Elle. Chronologie Auch die relative und absolute Chronologie der Amarna-Briefe bereitet der Forschung noch immer große Schwierigkeiten. Die Briefe waren nicht datiert und nur die Könige von Metani, Babylon und Assyrien nannten den Pharao beim Namen. Der König von Al-Asia adressierte an den König von Ägypten und so auch die Vasallen. Wenn sie nicht andere Umschreibungen wie »Mein Gott« oder »Die Sonne« wählten, einen wichtigen Anhaltspunkt gibt der hieratische Vermerk eines Schreibers auf IA 23. Er gibt als Empfangsdatum das 36. Regierungsjahr Amenophis III an. Die anderen Briefe an Amenophis III gliedern sich höchstwahrscheinlich in den vorherigen fünf Jahren ein, womit das Archiv etwa mit dem 30. Jahr dieses Königs beginnt. Wesentlich schwieriger ist die Frage nach dem Ende der Amarna-Korrespondenz zu beantworten. Dies hängt generell mit den chronologischen Schwierigkeiten am Ende der Amarna-Zeit zusammen. Entscheidend ist die Frage, ob Tutankhamun noch Briefe in Amarna empfing oder ob der Textkorpus schon früher endet. Als Terminus Postquem wird generell die hieratische Aufschrift eines Jahres 12 auf IA 254 angesehen. Morin schließt aber eine Lesung als Jahr 32 nicht aus. Daneben sind die Erwähnungen Meritathuns anstelle von Norfretete ein Anhaltspunkt. Bereits unter Semmenschkare begann die Wiederherstellung der alten, vor Amarna zeitlichen Verhältnisse und eine kompromisshafte Restaurierung des Amun-Kultes. Auch Tutankhamun setzte diese sanfte Rückkehr zum alten Glauben anfangs fort. Irgendwann führte er eine kompromisslosere Restauration ein, indem er seinen Namen von Tutankhamun zu Tutankhamun änderte und die Residenz in Amarna zugunsten von Memphis aufgab. Nach Erik Hornung spielen Aton und sein hohe Priester in den Gefäßaufschriften des zweiten Regierungsjahres noch eine wichtige Rolle. Rolf Kraus geht dagegen davon aus, dass Amarna wahrscheinlich noch im erste Jahr Tutankhamuns verlassen wurde. Hinzu kommt die Adressierung des Briefes IA 9 an einen König namens Niburuya. Vom philologischen Standpunkt ist eine Gleichsetzung mit Tutankhamuns Thronnamen NBHPRWR am wahrscheinlichsten. Echnatons Thronnamen NFRHPRWR ist aber nicht ganz auszuschließen. Edward Feilkampel hält es für möglich, dass Tutankhamun noch die Briefe IA 9, 210 und 170 in Amarna empfing. Diese aber eher irrtümlich dorthin geschickt wurden. Die Annahme Tutankhamun sei der Adressat von IA 9 führt nach Hornung zu derart unwahrscheinlichen Folgerungen, dass die Gleichsetzung von Niburuya mit Echnatonsicher nicht vorreilig auszuschließen sei. Außerdem geht er davon aus, dass nur jene Briefe in Amarna zurückgelassen wurden, die beim Umzug der Residenz nicht mehr aktuell waren. Dies alles deutet nach Hornung darauf hin, dass das Amarna-Archiv bald nach dem 12. Regierungsjahr Echnatons endet. Vor oder zu Beginn der Mitregentschaft Semenskares, William Moren gliedert die internationale Korrespondenz wiederum folgendermaßen. Babylonien Die letzten Jahre Amenophis III, bis in die späten Jahre Echnatons oder bis ins erste Jahr Tutankhamuns. Assyrien Bis in die späten Jahre Echnatons oder später. Metani Jahr 30 Amenophis III, bis in die frühen Jahre Echnatons. Arz-Avah Zeit Amenophis III Bis in die späten Jahre Echnatons oder 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 bis in die spä